... sich mit denen einfach zu messen, das reicht ja. Ja, dann hören die aber, die sehen das aber nicht ein, wenn die... Ich hab eine Meinung gesagt! Und dann kommt einer und sagt auch deine Meinung! Das stagniert man doch, Jan. Das stagniert man doch. Aber Oli, ich bin nicht ganz ehrlich. Deine Meinung ist deine Meinung. Meine Meinung ist meine Meinung. Meine Meinung ist meine Meinung. Ich fühl mich so richtig in so eine Kneipe in Hessen oder so, mit dieser Stimme gerade von dir. Oli, meine Meinung! Für mich ist das alles gesorgt. Schöne! Ich schlamm! Ich schlamm's euch! Mein Gesunde! Und was sie dreckig sind, hat völlig recht! Und wenn die in der Presse einen verschweigen, dann kriegen die meine Meinung gegabt! Meine Meinung! Ist meine Meinung! So! Hallo! Ist meine Meinung! Hallo! Was ist so los, Bumsi? Mir ist Bumsi. Hier ist Brülli! Besser! Brülli! Brülli! Ich bin Brülli! Ich hab da eine Meinung! Meine eigene Meinung! Und die krieg ich nur aus Zeitungen, die keiner liest! Und eines Tages, die Zeit wird kommen, sag ich dir! Die Zeit wird kommen! Da baumeln wieder die Menschen an den Geigen hier bei uns und dann ist wieder alles in Schutt und Asche! Und dann bauen wir das auf! Aber diesmal richtig! So! Meinungsfreiheit! Ist Meinungsfreiheit! Und solange die Handpuppen nicht am Baum bauen, ist mir ist alles ziemlich egal! So! Ganz im Ernst! Handpuppen für mich! Alles Gesocks! Viele sind aus Socken gemacht! Und ehrlich gesagt, für mich, ich sei jetzt ganz ehrlich, Bumsi, ganz ehrlich, für mich, Handgranate auf Flüchtlingsheim ist letztlich Meinungsfreiheit! Ist Meinungsfreiheit! Jetzt hast du Bumsi verjagt! Kann ja jeder hingehen, wo er will, wenn er eine Handgranate liegt, muss man da ja nicht stehen! So! Meinungsfreiheit! Darf man nicht mehr machen, was man möchte hier bei uns! In Deutschland! Verdammt nochmal! Grenzen zu! Grenzen zu! Das klingt irgendwie so, als wenn... Auf alles schießen, was sich bewegt! Heute Abend, bei Spiegel TV! Thema ist Meinungsfreiheit! So sind besorgte Bürger auf den Straßen! Nein, 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 nein! Ganz ehrlich! So! Ich habe meinen Meisterschberger geguckt! So! Und wie der Augstein sich die ganze Zeit hat, wie so ein Akademiker benommen hat! Wie der sich da weggedreht hat! Und die Augen verdreht hat! Das hat doch mit Meinungsfreiheit nichts mehr zu tun! Meinungsfreiheit ist, wenn einer was sagt und der andere sagt, ja, genau so! Den zenten wir jetzt an! Das ist Meinungsfreiheit! So! Verdammt nochmal! Was ist aus Deutschland geworden? Wirklich, die labern da alle mit ihrer! Sabbelrepublik! Ehrlich, die sabbeln da der Hühnerhaufen, die ganzen... Linken! Hier ist der offene, freie Kanal verdienen! Das was man sagen darf hier bei Ihnen im Radio, ganz ehrlich! Das ist die Bürgerstunde! Besorgte Bürger sagen einfach mal ihre Meinung! Und der Puls kocht, wie Sie hören! Mit dem Puls kann man eine Brühe warm machen! Ich habe bei Facebook gelesen, dass in Finofurt in Brandenburg, in einem Schwimmbad, zwei Flüchtlinge auf dem Einmeterbrett ein Picknick gemacht haben! Die haben ein Kind gegessen! Nackt! Deutsches Kind vielleicht! Ja! Hier ist Sandra Maischberger! Sieh, das ist eine neue Ausgabe von Ehrliche Worte! Super, Jan! Mit der... Ist das eine neue Nummer von dir? So! Hier kommt was von Pantera! Weißt warum? Ja! Den Freundmann von Pantera! Der hat letztens... Ja, was hat der? Der hat gesagt... Der hat nur kurz den deutschen Gruß gemacht und White Power gesagt! Auf der Bühne! Beim Festival! Beim Lucky Strike Event! Und schon sagen alle, dass er ein Nazi ist! Hier ist Pantera mit... Äh... Der ist kein Nazi! Der hat nur zu viel Weißwein getrunken! Hat er gesagt! White Power! Das war ironisch! Phil Angelmo, hat er das wirklich gemacht? Hier ist Pantera mit Walk und danach... Ja, wirklich ganz ehrlich! Er hat auf der Bühne deutschen Gruß am Ende hier, Heil Hitler! Und dann hat er White Power in sich das Publikum gebrüllt! Und dann haben sie das online gestellt und alle gesagt, guck mal hier! Der ist ein Nazi! Und er... Nee, ich bin kein Nazi! Es war ironisch gemeint! Und White Power bezog sich auf den vielen Weißwein, den ich getrunken habe! Oh Gott, Alter! Der Typ ist sowieso schon seit Jahren leider durch! Riesiger Pantera-Fan gewesen! Beste Metalband! Können wir leider jetzt auch nicht spielen! Passt überhaupt nicht ins Programm! Pantera habe ich geliebt! Dimebag Derry! Einer der besten Metal-Gitarristen! Leider erschossen worden 2003 auf der Bühne! Von einem verrückten Fan! Ausländer! Ja, nein! Von einem verrückten Fan! Hier ist, ähm... Helene Fischer und... Atemlos durch die Nacht! Hau ab, Alter! Können jetzt alle mal ein bisschen runter... Warum denn nicht? Können die Leute mal ein bisschen runterkommen? Das schlimmste Lied, was ich lenne, ist Andreas Gabalier mit Hula Palou! Kennst du das? Das ist ja möglich! Aus... Oh Gott! Aus sozialwissenschaftlichen Gründen hören wir jetzt mal Andreas Gabalier und Hula Palou! Das ist... Okay! Jürgen König, nach zwei Minuten kannst du ausbinden! Aber die zwei Minuten, die ziehen wir uns jetzt alle hier rein! Was ist denn Hula Palou von Andreas Gabalier? So! Jetzt auch mal wieder hier! Sich immer irgendwie im Konkorn von einer intellektuellen Sendung irgendwie beschützen lassen! Das gilt nämlich auch nicht mehr für sie! Jetzt heißt es freie Meinungsäußerung! Wir haben heute hier schon Brülli irgendwie im Mikro gehabt! Brülli, der mal seine Meinung gesagt hat! Und jetzt kommt noch Andreas Gabalier! Jetzt werden mal andere Seiten aufgezogen! Jetzt heißt es mal mit dem Feind konfrontieren! Ab geht's! Hula Palou! Und ich grüße meine Freundin Beade, die sitzt zurzeit in Stadelheim ein und die hört ganz treu unsere Sendung! Alles Gute Beade! Halt durch! Halt durch! Wir holen dich da raus! Ganz ehrlich! Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Vielen Dank.